Max, Polen ist nun auch enorm in Sorge, denn man hat dort berichtet, dass Wagner-Söldner, die ja aktuell in Belarus stationiert sind, dass die in Richtung Suwalki-Lücke vorgerückt sind. Was weißt du darüber und was würde das bedeuten? Ja, der polnische Ministerpräsident Mateusz Morawiecki hat sich da eben dementsprechend geäußert. Er hat gesagt, mehr als 100 von den Wagner-Söldnern, die seien eben in diese Suwalki-Lücke vorgerückt und dort bis zu der belarussischen Stadt Grudno, also nicht so viele Kilometer entfernt von der polnischen Grenze. Und das versetzt natürlich die Polen etwas in Sorge. Dort hatte man ja bereits vor mehreren Tagen auch eine verstärkte Truppenpräsenz an der polnischen Grenze verkündet. Also das scheint etwas zu sein, was die Menschen dort in Polen jetzt dann ein bisschen doch in Sorge versetzt. Und gleichzeitig gibt es ein bisschen Entwarnung, vielleicht kann man das so beschreiben von den britischen Geheimdiensten. Die sagen nämlich, die Wagner-Söldner, die jetzt von Russland nach Belarus gezogen sind, dass die relativ schlecht ausgerüstet wären. Nämlich viele von denen, das sollen Satellitenbilder darlegen, die seien nur mit normalen PKWs und mit Lastwagen unterwegs, aber nicht mit gepanzerten Fahrzeugen. Also möglicherweise hat man diesen Wagner-Truppen einiges weggenommen an Gerät nach dem gescheiterten Putschversuch auf den Kreml und sind sie jetzt nicht mehr so gut ausgestattet, wie sie es einmal waren. Du wirst das Thema für uns trotzdem weiter im Blick behalten. Max, vielen Dank. Wenn ihr mehr News aus unserem Team wollt, dann müsst ihr einmal hier klicken. Wenn ihr auf der Suche seid nach spannenden Dokus, starken Reportagen, dann geht's hier entlang. Und wenn ihr Welt abonnieren wollt, neu entdecken wollt, dann einmal hier klicken.